Basel ist gesegnet mit Trinkwasser und viele Brunnen, die mir unbedingt bewahrt werden, genauso wie das Trinkwasser auf dem Land, wenn ich wandere. Darum bin ich für die Trinkwasserinitiative. Wenn Sie in Zukunft Trinkwasser aus dem Brunnen trinken können, wenn ja, dann ist Basel der Ort, wo etwa 240 Brunnen hat, wo man Trinkwasser aus dem Brunnen trinken kann. Das muss unbedingt geschützt werden, gepflegt werden und sichergestellt werden und die Trinkwasserinitiative macht das.